Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weihe des Symbols sehen sollten. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das Leben des Schlüge nicht erinnern. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebieter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Dann mal aufsitzen. Dann mal aufsitzen. Dann mal aufsitzen. Dann mal aufsitzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay Ich gebe Acht, wo ich schieße! Oh! 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 Es ist wahrscheinlich die Fliegedinger da. Geh mal weiter. Weiter geht's hier. Geh mal weiter. 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 Das war's für heute. Okay, wie kriegt man das hier kaputt? Das kann man schon mal wieder austragen. Anscheinend gar nicht. Okay, das ist Kattler. Eliten! Los, los, los! Die Menschen sind jetzt grün mir gegenüber. Hören Sie, Sie mögen mich nicht. Und ich mag Sie erst recht nicht. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird Mohawk diesen Ring aktivieren. Dann werden wir alle sterben. Tartarus hat sich im Kontrollraum eingeschlossen. Tja, ich hab zufälliger geschlüsselter Bahn. So, schnappen Sie sich an den Nachi und geben Sie mir Deckung. Er weiß sicher, dass wir kommen. Okay. 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 Wir sehen uns sofort. Das wäre schon geil, auf dem Ding mitzufahren. Das wäre schon geil, auf dem Ding. Das wäre schon geil, auf dem Ding. Das wäre schon geil, auf dem Ding. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil, auf dem Ding. 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 Das ist ein bisschen alles. Oh. Der geschmolzen. Das wäre schon geil, auf dem Ding. Das wäre schon geil, auf dem Ding. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Da gucke ich nicht aus, die haben mich auch noch nicht gesehen. Der Gebieter Taf ist in die Kammer. Der Häufling muss sein heiliges Werk verletzen. Oh mein Gott, jetzt haben wir ihn noch. Ah, Granatwerfer. Oh mein Gott, jetzt haben wir ihn noch nicht gesehen. Okay. Eben nachladen hier. Die sind schon alle hinüber. Kann ich jetzt hier rein? Nein. Aber da drüben. Mir wäre es lieber jetzt mit dem Auto lang zu fahren. Oh. Komm Mensch, es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Ach, tu was man dir sagt. Bitte, vorsichtig. Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich ihn dir auf aus. Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören. Hm. Unmöglich. Legen sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieter. Was sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In ihrer Gesamkeit hat sie sich... Kein Wort mehr. Bitte. Nicht die Glühbirne erschüttern. Wenn sie ihr Gehirn behalten wollen, sagen sie denen, sie sollen die Füße stillhalten. Bitte sehr. Sie sind dran. Die Heiligen Ringe. Was sind sie? Ultimative Waffen gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle praktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, drei Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Ja, ganz geil. Das stört sie. Ich hätte auch gern sterben. Ich bin ein gänglicher Arsch. Nein. 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 Fliege! Das ist alles? Johnson, ich hab's! Moment mal! Nichts bevor der Pruitt tot ist! Unter diesem hübschen Panzer wird nichts als ein Panzer! Wie schmeckt denn das? Was ist das? Wie ist das? Segen die Weltgeneratoren werden wieder an den Panzer! Wie soll das heißen, du kannst dich dehnen? Ah ja, oh! Sie bitte, jede Unterbrechung der Weltenerzeugung würde zu Schwebenscheiden führen! Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Ein Signal. Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf aller Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hört's zu Blechdose! Mach mich nicht! Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Archi natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt. Unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns. Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Die Leer füllt das leere Grab. Fort bin ich getragen. Mein Geist findet keine Ruhe. Es gibt noch so viele Fragen. Ich werde fragen und Sie antworten. Na gut. Fragen Sie. wir wünschen Sie. Die Leer Freunde.